Hallo und herzlich Willkommen zu diesem, ja wie soll ich es jetzt sagen, Vorstellungsvideo. Ich glaube das wird einfach zu kurz das Video, oder? Gut, im Video werde ich aber jetzt auch nicht alles behandeln, weil die Zeit wird definitiv nicht reichen, aber ich würde sagen, dass wir die Woche sicher mal in den Streams das Ganze sich detailliert angucken werden. Die Beta 1008 von der Hof Bergmann, Beta 1, folgt demnächst. Und ich ziehe jetzt schnell mal da meine PDF, die es dazu geben wird zu dieser Beta-Version, beziehungsweise zu der neuen Version. Und so sieht diese PDF aus. Das heisst, hier fängt sie an mit den Hinweisen, wie, was, wo. Das heisst, ihr müsst, wenn ihr startet, mit Manure-System, dann müsst ihr direkt mit Manure-System starten, weil danach später nicht mehr hinzugefügt werden kann, dann müsst ihr dann neu starten. Map ist nicht meist pluskompatibel, da die Map auf euer eigenes Silagesystem setzt, das ist bekannt, steht in der Change-Lock. Die wird nämlich sehr wichtig sein, sich durchzulesen. Das heisst, alle Fragen werdet ihr euch in dieser Change-Lock beantworten. Ihr werdet sehen, dass sie sehr umfangreich ist. Da gibt es, was dabei ist, Vermotz und so weiter und so fort. Wie, was, wo, zum Entpacken und den Inhalt zu besitzen. Das heisst, was gefixt wurde, welche Neuerungen das ist, Neuerungen und Änderungen im Detail, Anpassung des Schweine am Hof, Wirtschaftszweig, Ferkel und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zu den Neuerungen. Und wenn ich jetzt hier anfange durchzulesen, meine Damen und Herren, eben. Hier fängt es an, zuerst die Backfixes, nachher die ganzen Neuerungen, die es gibt. Neuerungen im Detail, was es dazu gibt. Rot sind die Hinweistexte dazu, die es gibt. Dann habt ihr nachher eine Herstellung, Wirtschaftszweige Kälber, Herstellung von Kälbermilch, Anpassung Bullenzuchtanlage, Jungbullen, Zuchtbullen, Sprunghalle. Da gibt es auch sehr wichtige Sachen dazu. Anpassung von der BGA, Wirtschaftszweig, Biogas, akkubetriebene Produktionsgeräte und so weiter und so fort. Also, jetzt machen wir zuerst auf die ganz schnelle Art und Weise. Das heisst, hier habt ihr euren Schweinestall. Da war vorher der Punkt, wo ihr jedes Mal eure Gülle abfahren konntet. Und da gibt es den Punkt jetzt nicht mehr, sondern ihr könnt jetzt nachher hier rein. Ich habe mir jetzt noch nicht durchgelesen, aber ich weiss, dass man den Kuhstall manuell ausmisten muss. Und ich denke, dass das hier genau gleich der Fall sein wird, dass man auch den Schweinestall manuell auswirken will. Für diese Arbeit wird es dann halt dementsprechend ein LSFM Hof Ausrüstungsback geben, wo man schon, ich glaube, Hummer hat auch schon gezeigt, ich habe sie in den Streams immer wieder verwendet. Und genau für diese Arbeit könnt ihr nachher genau das verwenden. So, Gülle, wo hier eigentlich war, die Zeit gehört nachher. Wir bleiben weiter bei den Schweinen. Hier hinten gibt es noch ein Häuschen jetzt mittlerweile, wo dazugekommen ist. Und da, LS17, ihr wisst ja, damals hatten wir eine Schweinezucht gehabt, wo man da so wunderschöne rote Lampe einschalten konnte, als Wärmelampen für die Schweine. Das heisst, da habt ihr jetzt nachher eine kleine Zuchtanlage für die Schweine. Hier direkt auf dem Hof. Gut, es gibt sehr viele Änderungen. Ich gehe jetzt auf die ganz schnelle Art und Weise, probiere ich alles durchzunehmen, ohne dass ich jetzt detailliert draufgehe. Detailliert werden wir wirklich das Ganze in den Streams behandeln demnächst und sich das Ganze angucken. Es gibt auch eine Änderung hier im Pferdestall. Das heisst, Pferdestall hat so wunderschöne Boxen bekommen. Tür auch mit Geräuschkulisse. Genau dasselbe so hier. Sieht schon geil aus, oder? Sieht richtig geil aus. Alter Schwede. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ich habe mir sie schnell auf die Kurze davor angeguckt. Davor hatten wir noch Hefesseltraining mit den Jungs gehabt. Ich habe mir sie kurz angeguckt. Und das, was ich jetzt schon gesehen habe, ich könnte den Andi abknutschen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich könnte ihn abknutschen. So, jetzt kommen wir zu unserem Güllebecken. Das heisst, der Güllebecken ist jetzt hier zentral. Für die Kühe und für die Schweine. Und jetzt habt ihr hier so einen wunderschönen Hebel. Da könnt ihr den einsteigen. Und jetzt könnt ihr die Gülle manuell von den Kühen oder von den Schweinen reinkippen. Das heisst, ihr könnt Befüllung starten. Das heisst, wenn jetzt irgendwas bei den Kühen ist oder bei den Schweinen, Befüllung starten. Und mit dem Hebel, linke Maustaste, könnt ihr den Umschwenken, Flusskontroller umschalten zum Schweinestall oder zum Kuhstall. Das heisst, damit die Gülle hier reinfließt, müsst ihr das einfach machen. Sonst geht das nicht. Nur als Info. Gut. Also, dafür landete aber dann die ganze Gülle hier unten. Schlauchhalter war ja hier. Die anderen sind auch nur da geblieben, wo sie waren. Was jetzt noch dazu gekommen ist, ist ja da vorne am Waschbecken bzw. am Waschplatz. Wurde das Ganze ein bisschen runter versetzt. Und jetzt habt ihr hier Schlauchhalter für den dünnen Schlauch bzw. für die kleinen Schläuche. Kärcher ist immer noch am gleichen Ort. So wie der eigentlich war. Wenn wir jetzt schon hier sind, laufen wir direkt in die Richtung hoch. Den seht ihr jetzt schon mal da vorne. Da gibt es wieder ein neues Teil dazu bzw. ein Häuschen dazu. Da vorne haben wir unsere Käserei, wie sie war. Das heisst, da hat sich nichts verändert. Aber unterhalb von der Käserei ist noch eine kleine Anlage dazu gekommen bzw. eine kleine Kühlanlage dazu gekommen mit wunderschönen Panelen, damit die ganze Wärme nicht rausgehen will oder die Kälte rausgehen, wenn man da drin arbeitet oder rein und raus trägt. Und jetzt sieht man im Menü, man kann 28 Spannferkel roh lagern. Ziegenkäse kann man lagern, Milch kann man lagern, Eier kann man da lagern, Fleisch kann man lagern, 72 Kisten Fleisch und 36 Kuhkäse. Das heisst, ihr habt wirklich ein ganz grosses Lagermenü da unten. So, so schaut es aus. So hört sich die ganze Geschichte an, wenn ihr den Motor gestartet habt. So, machen wir zu. Da könnt ihr noch Licht ein- und ausschalten. Et voila und wieder Tür schliessen. Gut. Change-Log werden wir nebenbei noch bearbeiten, wenn ich denn irgendwas vergesse. Ich mache jetzt einfach mal das, was ich gesehen habe, was ich in Erinnerung habe und dann gucken wir uns den Rest nachher nochmal an. Und Change-Log werden wir dann eher in den Streams behandeln. Ich muss mal gucken, dass ich mir Zeit nehme, am Abend neben dem FSL Training, mindestens für Stunde zwei, mit euch ein bisschen auf den Hofbergwand zu gehen und die ganzen Sachen durchzulegen. Und da seht ihr, da sind jetzt nachher die Kälber. Also, Kälber, Bruno Männlich, Franz Männlich, Kevin Männlich. Die Namen kommen wir alle weg. Was? Was ist das da? Das geht überhaupt nicht. So, Gustav. Hermann. Hallo. Seit wann bin ich ein Kalb? Aldi. Wir müssen reden, aber so was von schnell. Wir müssen reden, oder? Susi. Alma. Wo ist der Humer eigentlich? Berta. Olga. Lotte. Moment, das bringt mich aus dem Kontext raus. Ich bin doch gekab. Das geht überhaupt nicht. Ich lege einen Protest ein. Alter, jetzt vergangen. Äh, Aldi. Nein. 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 Einfach nein. So. Also, und da sieht der Kuhstall so aus, oder? Das heisst, der ist jetzt ein bisschen eingeschränkt. Auch bei Kuhstall hat sich was geändert. Und das ist jetzt die Anzahl der Tiere. Das heisst, die Anzahl der Tiere hat sich geändert. Auch der Tiermenü. Und ihr da habt. Also, und hier, wenn wir jetzt gehen. Kuh, Weiss, Kalbend. Genau diese Kühe bringen euch die Kälber. Wo ihr nachher dort hinten haben werdet und dann halt die züchten könnt. Nur diese Kühe. Und genau diese Kühe sollten hier im Stall sein und nicht auf der Wiese. Daraus steht eigentlich auch in der Change Log. Darum alles genau durchlesen. So, und die restlichen Kühe, wie geblieben, wie gehabt. Aber, eben gesagt, genau diese Kuh, schwarz-weiss, Kalbend, bringt euch eigentlich auch Kälber. Ist in der Change Log beschrieben. Guckt euch das nachher gleich im Detail oder auf die schnelle Art und Weise an. Und was es ist, ihr müsst den Kuhstall wieder alleine ausmisten. Denn das heisst, der Kuhstallmist landet nicht mehr vor. Sondern ihr werdet rausmisten. Und ich denke mal, ohne dass ich jetzt den Detail schon gelesen habe, da hinten im hinteren Bereich werdet ihr das tun. So, da kann man die Türen auf und zu machen. Et voilà. Hier oben, der Becken ist auch weg. Der Platz ist leer geblieben. Die Mischstation ist geblieben, so wie sie war. Da ist eigentlich auch, da oben hat sich nichts verändert. Was sich verändert hat, ist da unten am Kuhstall, gehen wir direkt zu der Hütte. Am Kuhstall ist der Mischfutter-Silo weg. Und auch der Mischfutter-Dings, der Mischer, wo da stand, oder? Die sind beide weg. Also, was mache ich jetzt? Es gibt da, und jetzt sehe und staune, es gibt da einen Futter-Mischwagen. Der ist von Hand schiebbar, ist elektrisch. Das heisst, der Futter-Mischwagen ist elektrisch, hat, ihr seht ja, 4000 Kilowatt. Und der ist für die Schweine. Nur für die Schweine steht auch da unten, ein kleiner Elektro-Futter-Mischwagen zum Schieben. Dieser Futter-Mischer ist ausschliesslich zur Schweinefutter-Herstellung geeignet. Dann habt ihr noch einmal, noch ein elektrisches Teil, das ist das hier, Milch-Shuttle-Milch-Taxi, wird verwendet zur Versorgung von Kälber, zur Herstellung von Kälber-Aufzucht-Milch, wird Wasser und Bilchfurfe benötigt. Dieser ist separat erhältlich. Gut, wann wir schon dabei sind, bei den ganzen Sachen, was sich geändert hat. Fässer, Butterfässer sind anders gekommen, beziehungsweise neue Testuren erhalten, sehen auch schöner aus. Produktionsgeräte haben wir jetzt gesehen, Milch-Shuttle und Futter-Mischwagen dazu. Dann habt ihr den Fertimixer, flüssig oder halt Feststoff, wo ihr produzieren könnt. Und dann kommen wir noch einmal zu den Verbrauchsgütern. Gasflasche hat ein neues Logo, beziehungsweise einen neuen Anstrich bekommen. Und jetzt sind wir beim Tierbedarf. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt angekommen, wo wir halt ein bisschen Sachen benötigen, beziehungsweise brauchen werden. Wenn er Kälber aufzüchtet, dann kann so ein Kalb auch erkranken. Wachstum fördert es Arzneimittel für Kälber, wir benötigen, falls sich ein Kalb nicht weiter befüllt, beziehungsweise füttert. Also, bitte nur im Notfall für kranke Kälber verwenden. Also, habt ihr ein klarkes Kalb, zum Beispiel der Prodi, seine Tabletten, oder? Der Pfleger kommt. Dankeschön an die dafür. Ja, ihr wisst ja, die Box verwenden. Dann habt ihr den Kühlbehälter. Der Kühlbehälter wird für den Transport zur Aufbewahrung von Bullensperren benötigt bei der Besamung von Kühen. Achtung, bei Besamung von Kühen im Kuhstall. Von diesem Behälter stehen zwei Konfigurationen zur Auswahl. Erstmal das Leerbehälter, Mehrwegojekt oder ein bereits befülltes Behälter, Einwegojekt. Das heisst, wenn ihr ihn wiederverwendet werdet, müsst ihr Leeren nehmen. Milchpulver für die Kälberwerälter benötigen. Und da hatten wir den Hüderfutter und Hundefutter. Das ist eigentlich alles. Der Rest ist geblieben. Und wenn wir jetzt genau wieder zu dem Punkt zurückkommen, mit den ganzen Kälbergeschichten und so weiter und so fort, dann nehmen wir jetzt mal unser PDF nochmal zur Hand. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo das wieder ist. Irgendwo verschwollen? Nein, da ist es ja. Gut. Also, ihr habt ja erstens mal akkubetriebene Produktionsgeräte. Steht ja, Milkschattel, mobile Schweinefutter, Mixer sind akkubetriebene Produktion. Diese sind ausgestattet mit Elektromotor und einem Akku. Das heisst, Orte der Wandladegeräte, Kuhstall am Hof, Hofwerkstatt, Schweinestall am Hof, mittlere Garage neben der Backstube, Bullenzuchtanlage im Stall 2. Da sind schon quasi die Ladestationen platziert. Gehen wir sie schon schnell angucken. Ich habe sie bis jetzt auch noch keine gesehen. Gucken wir uns an. Ah, da. Hier. Kabel, Ladestation für euren wunderschönen, wunderschönes Gerät. Also, könnten wir schnell eins kaufen. Moment hier schnell. Nehmen wir mal so. Das war ja hier. Nehmen wir gerade Milkschattel. Kaufen. Ja, setzen wir es zurück, wenn wir das können. Ich hoffe, dass wir das können. So, einsteigen, zurücksetzen. Der landet so vom Hof, der müssen wir nicht so weit laufen. So schaut der Milkschattel aus. Richtig nice. Einsteigen, keine Taste drücken. Ui, lenken ist noch nicht so ganz. Gut. So geil. Jetzt war ganz ewig, oder? So geil. Alter Schwede. Jetzt war ganz ewig. Ich könnte ausflippen, oder? Fahrzeugoption öffnen, konfigurieren, verkaufen, reparieren, konfigurieren, äh, äh, nein. Ich will ihn jetzt durchschließen. Bedienen, Licht einschalten, kann man denn irgendwie... Ah, das heisst, man muss genug dran sein. Man muss nah genug dran sein. Und jetzt kann man Taste Q drücken. Oh la la, oh, guck jetzt mal das. Und jetzt mit Taste I lädt das Ganze eigentlich auf. Das heisst, ihr seht ja, genug dran ranfahren. Und dann wird das Ganze geladen. Es schliesst sich ein Kabel an. Äh, und nachher wird das geladen. Und dann seht ihr da auch an, von der Lampe, wenn sie blickt. Das heisst, unser Gerät ist jetzt voll. Jetzt kann ich wieder einsteigen. Äh, ja, ein bisschen könnte man noch am geben, wenn es jetzt noch... Wenn du es noch nehmen willst, äh, haben wir. Und danach abkoppeln. Gabel ist wieder versorgt. Und der kann man wieder rausfahren damit. Ja, ich weiss, es werden vielleicht nicht alle Fans davon sein. Aber, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee, beziehungsweise die Umsetzung, finde ich jetzt richtig nice. Gut, ich bin jetzt vorher noch vielleicht ein bisschen falsch gestanden. Jetzt probieren wir mal auf der Seite zu gehen. Und gucken wir mal so. Ah, da sieht man sogar die Anzeige. Und die Batterieladeanzeige seht ihr eigentlich auch. Wenn ihr quasi auf Deutsch gesagt in der Ansicht seid, dann seht ihr eigentlich auch die grüne Batterieanzeige. Also, koppeln wir mal jetzt an. Aha, siehst du? Jetzt sieht das schon mal ganz anders aus. Jetzt geht der Kabel nicht nur durch den Tank, sondern in die Steckdose rein. Vorher ging das Ganze in den Tank. Gut. Eben, es ist Beta. Es kann sein, dass da oder nicht irgendwas ist, wo es nicht so sein sollte noch. Aber, aber da werden wir den Umfang gleich dahinter sein und das Ganze sich angucken. Voilà, das ist jetzt das. Dann kommen wir fliegen wir rüber. Hier, zu dem Thema Gashandel, Huber. Da, ohne dass ich, ich habe das schon vorgelesen, das heisst, ihr seht nach Eröffnungszeiten, habt ihr auch da. Und die Öffnungszeiten seht ihr jetzt eigentlich auch hier, wo ihr die Preise sehen tut, habt ihr auch gleichzeitig schon die Öffnungszeiten von den einzelnen Betrieben bzw. einzelnen Sachen. Und was er, Andi, auch noch geändert hat, wenn wir schon hier unten in einem Teil vom Dorf sind. Bis jetzt war ja immer das Thema mit dem Bötcherei, wegen dem Holzschneiden. Ihr könnt, egal auf der Map, wo ihr seid, das Holz, wo ihr schon auf eurem Grünstack abgesagt habt, könnt ihr, egal wo auf der Map, weiterverarbeiten bzw. sagen. Das heisst, nicht Bäume fällen, sondern einen gefällten Baum, wie zum Beispiel jetzt hier von der Bötcherei, auf ein Meterstücke schneiden, wenn sie zu lang sind. Das war bis jetzt immer Thematik, dass das da nicht ging. Ihr könnt jetzt das, den gefällten Baum, egal wo verarbeiten, auf ein Meterstück schneiden. Das heisst, die anderen Bäume könnt ihr nicht wegschneiden, aber weiter abgeschnittenen Baum verarbeiten, das geht. Gut, also kommen wir noch einmal zurück dahin. Was macht man hier? Eure Bega produziert ja Gas. Das wissen wir, das hat sich nur soweit nicht geändert. Das ist geblieben. Jetzt könnt ihr das Gas hier anliefern. Und ihr seht, wenn ihr hier anliefert, beim Gashandel Huber, angeliefert das Gas und abgefülltes Gas. Das heisst, der Herr Huber füllt das ganze Gas in Gasflaschen. Diese Gasflaschen könnt ihr entweder bei den Häusern verkaufen. Das seht ihr eigentlich auch in der Preisübersicht. Dass er das ganze bei den Häusern rausschmeißt, beziehungsweise verkauft. Dann gucken wir, wo das eigentlich war mit dem Gas. Irgendwo war das mal. Das ist das. Da hinten. Hinten weiter. Da. Da ist das Gas-Symbol. Und jetzt seht ihr, ihr könnt die Gasflaschen hier eigentlich bei den Häusern verkaufen. Oder ihr könnt diese Gasflaschen bei euren Getreidetrocknungen verbrauchen. Das heisst, bei der Getreidetrocknung, das ist hier drin. Da aufbrauchen. Und da habt ihr jetzt ein kleines Lager. Da habt ihr jetzt ein kleines Lager für die Gasflaschen. Das heisst, da könnt ihr jetzt ein paar Gasflaschen einlagern. Warte, ich muss mal gucken, ob ich da so sehen werde direkt. F1-Menü. Lager öffnen. Okay. Steht 32 Flaschen. Ihr könnt 32 Flaschen einlagern. Hier vorne bei der, bei der, äh, Dings, äh, bei der, äh, äh, ja, Getreidetrocknerei. So. Jetzt habe ich den Wussel raus. Gut. Sonst da weiter hinten ist eigentlich alles ziemlich so auf den ersten Blick geblieben, wie es war. Ich habe mir eben noch nicht alles durchgelesen, weil das ist so unfallreich, die ganze Anlage beziehungsweise die ganze Datei. Andi hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben dafür, Hut ab, wirklich Hut ab vor dieser Leistung, vor dieser Arbeit. Nicht nur Umsetzung von der Map, sondern eigentlich auch an der Datei, an den Text, wo dazugekommen ist, wie, was und wo. Was sich auch geändert hat, das ist da hinten gewesen, bei der Bullenzucht. Jetzt muss man, da, ich müsste sie kaufen. Moment, ich stelle, mache ich aber das so. Äh, la, 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 la. Ja, dann kaufen wir sie, 2 Millionen, auf Anhieb, sie wird reichen. Äh, kaufen, ja. Also, Bullenzucht hat sich etwas getan und das heisst jetzt folgendes. Ihr stellt euren Bullen rein. Der macht 24 Stunden lang seine Arbeit. Nicht komplett, aber einfach mal zwischendurch, wenn er Lust hat. Und nachher, nach 24 Stunden, wohnt der Bulle hier drin. Das heisst, es bohrt hier drin. Und nachher müsst ihr ihn da rausnehmen. Das heisst, entweder bringt ihr ihn nachher halt zum Ausruhen auf eure Weide. Oder ihr stellt ihn noch einmal in die Halle rein. Und, die wunderschöne, wertvolle Erzeugnisse, wurden er präsentiert. Ich werde jetzt mal das so sagen, sind in diesen zwei Kühlflaschen drin. 250 Liter, ich glaube, haben sie Fassungsvolumen. Oder jede 200, ich weiss ich noch nicht, aber auf jeden Fall 250 Liter. Produziert er, produziert er in 24 Stunden, müsste er den abfüllen. Eben, ihr habt ja gesehen, noch einmal, das war ja, Moment, das war ja irgendwo da. In diesem Behälter. Das heisst, das landet der Behälter direkt da drauf, sondern der ganze Ware da drin. Und dann im Behälter da oben abfüllen. Und dann in den Kühlschrank rein damit und so. So, jetzt steht aber hier etwas geschrieben, oder? Ich muss schmunzeln, ich muss wirklich schmunzeln. Die, die wissen, wo im letzten Stream dabei gewesen sind am Sonntag. Ja, wichtiger Findweis zu der Sprunghalle. Die Sprunganimation des Bullen wurde nun etwas realistischer dargestellt. Leute, ich freue mich, ich freue mich sowas von drauf. Falls jemand damit Probleme hat, sollte die Sprunghalle einfach nicht in Betrieb nehmen. Tja, also, das heisst, ich würde sagen, der Bulle wird voll überzeugende Arbeit leisten. Gut, gehen wir mal ein bisschen zurück zu den Sachen, was sich eigentlich getan hat. Öffnungszeiten an der Verkaufsstelle im Preisübersicht zu sehen. Kettensäge kann man überprüfen, große Gönnebecken am Hof, die nur eine zentrale Sammelstelle. Eben das Milovettel haben wir gezeigt. Jetzt Gassender haben wir gezeigt. Getreide, da wurde ein kleines Gasflaschenlager eingebaut, haben wir gezeigt. Metzgerei und am Schlachthof wurden die Tiere nun in Kilo umgerechnet. Somit hat jede Tierart eine andere Menge, woraus Fleisch produziert wird. Am Schlachthof können nun alle Tierarten abgeliefert werden. Es gibt jetzt nur noch eine Abladestelle zur Anlieferung der Tiere. Gutschrift des Geldes erfolgt einige Zeit später. Und da seht ihr dann direkt. Gewicht der Tierarten, Kühe 700, Jungbullen 1000, Kälber 200 und so weiter und so fort. Bullen fassoptisch aufgewertet, hat man sagen, Propalgasflaschen aus der Shop entfernt und durch Biogasflaschen ersetzt, siehe Wirtschaftszweig Biogas. Kälber als eigene Tierart entfährt, Grund, siehe weiter unten, Anpassung der Kühe. Preis der Kühe etwas angepasst. Ein kleines Kühlhaus, der wir hier eingebaut haben, platzierbares Futterspender-Silo um 150k Silo erweitert zu finden im Shop unter platzierbaren Silos. Das wäre in dem Fall das. Moment, schnell. Platzierbare Silos. Da, gehen wir weiter. Das ist mal Lagersilo, universal, das ist der Dispender für die Dingssache. Futterspender-Silo klein, 50.000 oder 150.000 gross. Gut, dann gehen wir weiter. Also, der Change-Log. Oh mein Gott. Ich fand die jetzt mal ganz ehrlich. Separates Eiken für Schafsböcke hinzugefügt. Schafsböcke gibt es auch. Von platzierten Regentank geändert auf der Gemüseplantage. Nun kann das Land wieder verkauft werden, ohne dass vorher der Tank verkauft werden muss. Angepasste Animals mit weiblichen Tieren von Season übernommen. Danke an Speedy01 für die Bereitstellung. Stand 1.1.2021. Kleine Strohballen hinzugefügt. Diese können derzeit nur im Shop gekauft werden und sind für den Abferkelstall gedacht. Ein passendes Ballenlager für die Kleinballen befindet sich direkt neben dem Abferkelstall unter dem Vordach. Hinweis, bei den Kleinballen handelt es sich um Palettenballen. Sollten Sie diese nicht gleich erklären, so muss der Ballen einmal gedreht werden. Das ist leider technisch bedingt. Füllteip der Kaufballen Futter Big Packs wieder auf den Standard geändert, da bei einigen der neuen Futter-Sorten für Verwirrung sorgte. Mist vom Hühnerstall wurde in den Stall verlegt. Die Mistproduktionsrate wurde außerdem etwas gesenkt. Siehe Spieltipps, Hinweis zum Ausmisten. Mist vom Pferdestall wurde ebenso in den Stall verlegt. Siehe Tipps, Hinweis zum Ausmisten. Anpassung des Density Map High Types für Mist. Der Misthaupe wurde etwas weicher gemacht, ist dadurch nun nicht mehr ganz so hart beim Darüberfahren. Dies sollte das Ausmisten ein wenig erleichtern. Geburtenrate bei Zuchtschweiden wurde etwas herabgesetzt. Das Strohballenlager über den Hofwerkstatt wurde geändert zu einem Heuballenlager, da es schon zu viele Strohballenlager auf dem Hof gibt. Schweinefuttersiel am Hof wurde entfernt. Wird nicht mehr benötigt. Das Verbrauch, dass der Schweinefutter sehr gering ist. Schweinefuttermixer am Hof wurde entfernt. Da kann der mobile Schweinefuttermixer aus dem LSF-Equipmentpack verwendet werden. Licht zum Ein- und Ausschalter, wo Waschplatz eingebaut. Orangener Schaltkasten. Big Bag gestellt zum Abwehrgestall und Hüdergestall eingebaut. Es gibt sehr viel, werden wir im Detail nachher gehen. Gehen wir noch einmal schnell zu den Kühen. So, Moment, der Kuhstall. Kuhstall am Hof. Abläutrig wurde in den Stahl hinein verlegt. Die Strohballenlager wurden etwas unterteilt. Kühe müssen jetzt im Stall manuell ausgemistet werden. Dazu wurde ein extra Gang erschaffen, wo sich der Mist sammelt. Tierlimit im Stall wurde auf 30 Tiere begrenzt. Da das Nuffmash verkleinert wurde, zu viele Tiere auf einen kleinen Nuffmash führten zum Absturz der Giants Engine. Kühe benötigen nun etwas Bullensperma, damit sie sich fortpflanzen können. Eben das, wir waren jetzt wieder beim Zuchtbullen. Bullensperma gibt es im Shop zu kaufen, als Objekt, Tierbedarf oder aus eigener Herstellung. Das heisst, gemeint ist hier auf der Hofbergbahn und jetzt zu Hause. Nur als Info. Das heisst, nicht jetzt einfach zu Hause Hersteller und die das Gefühl haben, dass sich auf der Hofbergbahn Tiere reproduzieren. Ja. Ein neuer Kuh. Untertype wurde hinzugefügt. Kühe, Schwarz, Weiß, Kalben. Diese Kuh wird verwendet, um realistische Kälber auf der Map darzustellen. Dieser Kuh-Type kann nur im Stall echte Kälber erzeugen und sollte daher auf der Kuhweide nicht eingesetzt werden. Das heisst eben, Kälber, wenn ihr wollt und diese Kuh nehmt, gibt es Kälber nur im Kuhstall und nicht auf der Weide. Gut. Also, soweit. Ja, meine Damen und Herren, eben soweit. Und wir sind noch bei weitem mit Anpassung BGA. Das heisst, BGA wurde leicht angepasst, Wirtschaftsfrei Kälber. Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen detaillierter drauf gehen werden, was sich mit all den Tierarten ist, wie es ausschaut. Vor allem im Stream, sicher am Donnerstagabend im Stream, werden wir auf Twitch unterwegs sein und das Ganze zeigen. Sicher am Wochenende, jeweils nach einem FSL-Training, sogar vielleicht am Samstagvormittag, schon, wenn wir Zeit dafür reichen, dass ich rechtzeitig aus dem Bett rauskomme. Das heisst, wir werden schon einiges an der Hofbergbahn wieder unterwegs sein, auf der neuen Version. Und sie zeigen und streamen. Und die ganze Challenge-Log, beziehungsweise durcharbeiten und mit euch über die ganze Map drüber spazieren, sich die Sachen detailliert angucken und nachher auch darauf eingehen, auf eure Fragen. Ich hoffe, dass dieser erste Einblick auf diese wunderschöne Arbeit, wo Andi wieder hingelegt hat hier, wirklich wahnsinnige Arbeit, wo wieder einiges an Arbeit bedeuten wird, beziehungsweise mega viel Spaß bringen wird. Nicht nur in der Bullenzuchtanlage und so, einiges an Arbeit bringen wird. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist kurz, es ist nicht alles. Da gibt es noch sehr vieles zu zeigen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne, keine Ahnung, wenn das Video rauskommt. Tausend lieben Dank fürs Zugucken. Und bis ein anderes Mal im Stream. Tschüss und bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.